Menschen mit großem Ego haben häufig ein großes Selbstbewusstsein. Doch oft schwingt auch ein Hauch Narzissmus mit rein. Wenn du selbst ein großes Ego hast, werden dir diese Sätze sicherlich bekannt vorkommen. Erstens. Das habe ich dir doch gleich gesagt. Menschen mit einem großen Ego wollen immer auf ihr Recht beharren. Dabei können sie äußerst rücksichtslos und verletzend sein. Sie sehen immer nur ihren eigenen Standpunkt. Kritik nehmen sie nur ungerne an und reagieren meist passiv-aggressiv. Zweitens. Das ist nicht meine Schuld. Gleichzeitig wollen sie nie Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Sie leben klar nach dem Motto, mein Leben, meine Regeln. Sie sind schlichtweg der Meinung, dass sie keine Fehler machen und beharren auf ihrem Standpunkt. Drittens. Weißt du eigentlich, wer ich bin? Menschen mit großem Ego nehmen sich selbst besonders wichtig. Sie sehen sich als Mittelpunkt der Erde. Wenn sie nicht die gewünschte Anerkennung oder Aufmerksamkeit bekommen, können sie wütend und aufbrausend werden. Dann heißt es Abstand halten und Thema wechseln. Dann harnessen Sie mit Beknir in dieなるほど zu werden wollen. Dann wollen Sie条la 자기 Protein austere 무슨 Abspritt das Anerkennung oder Aufmerksamkeit benutzen. speculation und publishing Man ré oval. Duncan Kein Centers damit aufmerksamkeit. und die Aufmerksamkeit beant Geminiacke. Untertitelung des ZDF, 2020